Hallo liebe Trinof-Fans, hallo liebe Audio-Fans. Fast ein Jahr gibt es nun meinen YouTube-Channel und an dieser Stelle möchte ich euch danken für die Treue, für die zum großen Teil sehr, sehr konstruktiven und tollen Feedbacks, die ich erhalte, was mich in jedem Fall motiviert, auch nächstes Jahr fleißig weiterzumachen. Und deswegen gibt es als kleine Belohnung heute von mir ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und zwar ein Trinof-Tutorial, bei dem ich einen kleinen Hack vorstelle. Und zwar geht es nochmal um das Thema Bassmanagement. Es ist aktuell als Standardfunktion beim Trinof-Altitude nicht möglich, kaskadierende Subwoofer zu fahren. Also sprich, ich habe einen Infraschall-Subwoofer, nenne ich ihn mal, der für die ganz, ganz tiefen Frequenzen zuständig ist und ich habe einen Subwoofer oder ein Array davon, von vielleicht mehreren 12 Zollern, keine Ahnung, die eher für den oberen Bassbereich und für den Kickbass zuständig sind. Und wie man mit einem kleinen Trick diese beiden Subwoofer für ihre speziellen Frequenzbereiche konfiguriert, das verrate ich euch heute. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß. Ich habe mal ein, wenn man so will, fiktives Setup zusammengebaut, um das Ganze zu demonstrieren. Zwei Front-Lautsprecher, dann habe ich noch vier Höhenkanäle jetzt einfach mal dazugenommen und zwei Subwoofer. Und damit wir das jetzt mal einigermaßen realistisch darstellen, werde ich die Subwoofer jetzt mal manuell bearbeiten, indem ich in die Aktivweiche gehe und sage, okay, es gibt einen Subwoofer, der Subwoofer 1, der ist jetzt mehr zuständig für den oberen Bassbereich und der Subwoofer 2 ist mehr zuständig für den unteren Bassbereich. Und dazu vergebe ich jetzt einfach Werte in eine Aktivweiche, damit wir dann einigermaßen realistisches für diesen Use Case Messergebnis erhalten. Ich gehe also mit Linkwitz Riley 4 bei 60 Hertz hier rein bei dem Subwoofer 1, um ihm so ein bisschen die unteren Frequenzen zu nehmen. Und beim Subwoofer 2 setze ich einen Low-Pass-Filter mit Linkwitz Riley 4 und sage, okay, dem geben wir mal ab 50 Hertz das Ganze in die Hand. Ich gleich dann noch die Levels ein bisschen an, damit das auch wieder grob passt. Die habe ich natürlich in meinem Setup jetzt noch grob im Kopf, dass es einigermaßen vernünftig und mit gleicher Lautstärke spielt. Das Ganze messen wir nun ein und das ist das Ergebnis. Man sieht also schon im ersten Graphen, dass eben zwei Subwoofer existieren, die unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Frequenzbereichen haben. Und selbst im korrigierten Zustand sieht man dann an dem Graph Nummer 2 drunter, dass der Subwoofer 1, in dem Fall der grüne, eben nicht groß unter die 50 Hertz spielt. Und damit würde uns natürlich entsprechender Druck beim LFE verloren gehen in diesem Bereich, weil der Trinov kalkuliert ja mit zwei Subwoofern und nimmt dann natürlich auch insgesamt Lautstärke raus. Und wenn das jetzt so wäre, dass eben nicht beide Subwoofer bis ganz unten spielen, dann würde das Bassgefühl unter 50 Hertz darunter leiden. Und jetzt kommen wir auch schon zum kleinen Trick, den man hier anwenden kann. Wir gehen mal zurück ins Setup-Menü und dort sehen wir ja die aktuell zwei konfigurierten Subwoofer. Und wir geben jetzt über das Layout-Menü einen zusätzlichen Lautsprecher erstmal hinzu, den wir garantiert nicht brauchen. Also ich gehe jetzt hier mal ins Trinov-Layout und sage, okay, ich nehme jetzt einen, ja, wen brauchen wir denn nicht, Left-Center-Surround, sage ich jetzt mal, weil man in einer Subwoofer auch links steht. Ich muss dann hier sagen No, weil ich natürlich die anderen Speaker nicht will. Und ich sage überall, dass dieser neue Lautsprecher natürlich nirgendwo mitspielen soll, wenn irgendein Format läuft. Also auf den soll kein natives Format in irgendeiner Form geroutet werden. Und weil dieser Lautsprecher jetzt Subwoofer spielen soll bei uns, muss ich natürlich den Sub1 jetzt in dem Fall entfernen und diesen neuen Lautsprecher den Subwoofer oder den Endstufenkanal Nummer 7, wie es vorher war, zuteilen. Dann schaue ich nochmal in die Weiche rein und kontrolliere das Ganze. Ich gebe also unserem Left-Center-Surround jetzt den Hochpass-Filter mit, den wir vorher beim Subwoofer 1 eingestellt haben. Damit das Beispiel möglichst realistisch wirkt, stelle hier die von mir aus 60 Hertz ein, Linkwitz Riley 4 und dann nivelliere ich noch die Lautstärkung, sodass es dem Setup von vorher für beide Subwoofer entspricht. Und dann stellen wir noch den Lowpass ein bei unserem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Infrasubwoofer, also der für die ganz tiefen Frequenzen hier zuständig ist und eben nicht viel weiter als 60 Hertz kommen soll. Und dann sind die Einstellungen genauso wie vorher im Setup vorhanden. Nochmal zur Sicherheit, das Ganze mache ich natürlich jetzt nur, um das Beispiel besser zu simulieren. Normalerweise wäre ja das Setup, wie es jetzt in der Form ist, schon von vornherein gegeben bei euch. Das nur zur Sicherheit. Das speichere ich nochmal im Preset ab. Und bevor ich jetzt nochmal einmesse, kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss nämlich in die Advanced Settings gehen und den Crest Faktor bei den Calibration Settings anpassen. Der ist per Default bei normalen Lautsprechern, ich glaube bei 24 dB und ich gleiche den hier jetzt an, an den Subwoofer Crest Faktor. Einfach aus dem Grund, weil er sonst meckern würde, wenn er den normalen Wert wie hier 24 hätte, dann würde er ihn nicht als Lautsprecher erkennen. Und wenn ich das Ganze runtersetze, dann reicht das Ganze für die Einmessung aus und er wird nicht meckern. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung in die Einmessung und wir sehen das gleiche Resultat ungefähr wie vorher, nur dass jetzt dieser Frequenzgang, der grüne, von einem Lautsprecher LCS, Left Center Surround ausgeht und eben nicht als dezidierten Subwoofer. Und was kann ich jetzt mit diesem Einmessresultat machen im Bassmanagement? Folgendes. Und zwar kann ich zunächst mal ins individuelle Setup gehen, das Ganze auf On stellen und jetzt kann ich verschiedene Zuteilungen machen. Ich sage zum Beispiel bei meinem linken Hauptlautsprecher, dass der jetzt, weil er sehr weit runterspielen kann, nehme ich jetzt einfach mal an in dem Setup, der kann dann ab 40 Hertz an den Subwoofer übergeben. Sprich, das ist dann der große Subwoofer, nenne ich ihn jetzt mal, der seine Kernkompetenz unter den 50 hat und der da auch dann mit vollem Schalldruck spielen kann. Und dann entlasse ich die Hauptlautsprecher und übergebe an diesen Sub. Jetzt gibt es natürlich weitere Lautsprecher, die können lang nicht so tief spielen. Sagen wir mal so die Top Front und Top Rear Lautsprecher, die kommen vielleicht selber bis 120 Hertz mit vollem Schalldruck runter und die muss ich früher übergeben. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn ich die auch auf den Subwoofer 1 in dem Fall bei uns übergebe, weil der entfaltet ja seine Kompetenz erst unter 50 Hertz. Was passiert dann mit dem oberen Teil? Und da nutze ich jetzt eben diese neue Konfiguration und gehe auf diesen Klapper Satellites und kann jetzt diesem Left Top Front den Left Center Surround als Subwoofer zuteilen. Und dann definiere ich noch die entsprechende Trennfrequenz bei 120 Hertz, in dem Fall mit einem von mir aus steileren Filter, weil ich dann vielleicht weniger Probleme mit der Ortung habe, weil es ja relativ hoch ist, die Trennung. Und das Ganze kann ich dann fortführen über die anderen Top Lautsprecher und nutze jetzt eben unseren, ich nenne ihn jetzt mal virtuellen Subwoofer als Zwischenstation, wenn man so will. Das heißt, ich gebe jetzt im Prinzip für jeden der Decken Lautsprecher diese Werte ein. Das ist, denke ich, dann selbsterklärend. Ich definiere wieder die Flankensteilheit und so weiter und immer wird letztendlich der Left Center Surround zugeteilt. Zu dem Left Center Surround springe ich jetzt und den kann ich jetzt im Bassmanagement ganz normal klassisch auf den Subwoofer 1 übergeben, also auf unseren Infrasub, wenn man so will und stelle da die Trennfrequenz, die ist hier jetzt schon drin, mit 60 Hertz ein. Und in der Praxis heißt es also, dass jetzt im Bassmanagement die oberen Lautsprecher ab ihrer Frequenz 120 Hertz auf den Left Center Surround, also auf unseren Subwoofer 1 übergeben und der übergibt dann das Signal weiter auf den echten Sub, sage ich jetzt mal, auf unseren Infrasub, der dann unter 60 Hertz spielt. Und damit habe ich dieses kaskadierende Subwoofer Management realisiert. Und jetzt kommt noch eine weitere wichtige Einstellung bei diesem Setup. Ich muss nämlich noch auf den Bereich LFE gehen und da ist es ja so, dass normalerweise der LFE direkt auf den Subwoofer geht. Und ein LFE, man sieht das auch hier, ist definiert, dass er maximal eigentlich Frequenzbereiche so bis 120 Hertz übernimmt, beziehungsweise bei einer Trennfrequenz von 120 dann rausgeht. Und in der Praxis, je nach Format, kann es aber unterschiedlich sein. Meistens ist es ein bisschen tiefer. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt nur einen Infrasub habe in unserem Beispiel, der so richtig unter 60 Hertz erst in Fahrt kommt, gehen mir natürlich Anteile vom LFE verloren, theoretisch, wenn ich das so mache. Deswegen muss ich in diesem Setup jetzt das hier abhaken und bei den Satelliten dafür unseren Left Center Surround, also unseren ersten Subwoofer, der auch die oberen Frequenzen abdeckt, auswählen. Und jetzt, wenn ich diese Einstellung so habe, dann ist schon alles passiert. Weil dann heißt, der LFE geht erstmal auf diesen Left Center Surround. Der spielt auch wirklich alles, was vom LFE-Kanal kommt, ab und übergibt dann über das Bassmanagement bei 60 Hertz an unseren Infrasub. Also auch hier habe ich dann beim LFE dieses kaskadierende Subwoofer-Management realisiert. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem kleinen Hack zum Jahresende eine kleine Freude machen können. Für alle, die den Zugang zu meinen Experten-Tutorials erworben haben. Dort gibt es auch ein zusätzliches Tutorial als Weihnachtsgeschenk sozusagen, das sich auch mit diesem Thema kaskadierende Subwoofer beschäftigt. Und da verrate ich noch ein paar noch professionellere Einstellungen über die Aktivweiche dazu. Aber jetzt macht es erstmal gut, kommt gut rüber und ich wünsche euch ein fantastisches neues Jahr 2023. Auf bald, euer AudioFreak.